Was von Deutschland übrig bleibt, so heißt das neue Buch von Prof. Dr. Lothar Mayer, das wir hier heute an der Stelle kurz vorstellen wollen. Prof. Dr. Mayer ist am 19.06.1944 in Wolfach bei Baden geboren worden, kommt eigentlich ursprünglich aus Stuttgart kriegsbedingt, aber dann in Wolfach. Das Abitur hat er 1965 in der Waldorfschule Stuttgart Ullandshöhe gemacht, 1965 bis 67 den Wehrdienst in Landsberg am Lech abgeleistet und 1977 erfolgte dann die Promotion. Herr Prof. Mayer war dann weiter tätig als Assistent der Geschäftsführung an der Verbraucherzentrale in Baden-Württemberg, bis er dann 1979 selbst die Geschäftsführung in Hamburg bei der Verbraucherzentrale übernahm. Seit 1982 dann Professor für Verbraucherpolitik und seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages, hier im Auswärtigen Ausschuss insbesondere aktiv. Und man darf es, denke ich, dazu sagen, auch ein langjähriger Parteifreund, Landesvorsitzender in Baden-Württemberg gewesen, zur Bundestagswahl 2017 unser Spitzenkandidat in Baden-Württemberg. Und heute sprechen wir über dein Buch. Was von Deutschland übrig bleibt? Lothar, das ist ja ein, ich würde sagen, sehr fragender Titel erst mal. Wie steht es denn um Deutschland? Was hat dich zu diesem Buch bewogen? Und wann hast du für dich gesagt, jetzt wird es Zeit, nochmal diese Punkte Revue passieren zu lassen und ein Buch zu schreiben? Ja, der Ausgangspunkt ist der, dass ich selbstbewusste Nationen, die sich auch selber noch als solche verstehen, kennengelernt habe und dem gegenübergestellt habe, dass das deutsche Beispiel, wo schon der Begriff der Nation, des Nationalen, inzwischen verpönt ist. Das national zu denken, das ist schon am Rande des Faschistoiden angesiedelt. Inzwischen redet man nicht mehr so viel von Faschistoid, sondern von rassistisch. Ein Bekenntnis zu der eigenen Nation als Ausdruck von Rassismus. Und ich habe mir dann überlegt, mal darzustellen, was macht eigentlich eine Nation aus? Woraus besteht sie? Was ist der Kitt, der sie zusammenhält? Da gibt es natürlich viele Standardantworten. Die Nation besteht vielleicht aus einer bestimmten Ethnie. Sie besteht aus der Sprache, sie besteht aus der Kultur, aus der gemeinsamen Geschichte und noch vielem anderen. Ich habe versucht, das mal systematisch darzustellen und bei jedem dieser Elemente zu überlegen, wie viel ist davon eigentlich noch übrig? Wie viel ist schon dekonstruiert worden? Wie viel ist ins Negative verfälscht worden? Kann man eigentlich von einer deutschen Nation noch sprechen? Und es gibt ja inzwischen sehr viele, die sagen, eine deutsche Nation, die gibt es nicht, die gab es auch nie. Eigenartigerweise, denn diejenigen, die sich als Teile der deutschen Nation verstanden haben, nämlich das deutsche Volk, von dem auch das Grundgesetz spricht, haben ja in der Geschichte auch gemeinsam große Leistungen vollbracht. Da muss man nicht zurückgehen auf das vorige Jahrhundert, auch nicht auf das vorvorige, sondern da kann man noch sehr weit in der Geschichte zurückgehen, vielleicht bis in das 11., 12. Jahrhundert, wo die Deutschen angefangen haben, sich als Volk zu verstehen und dann später als Nation. Nation ist ja auch ein Begriff, der sich auf das lateinische natio bezieht, also die Geburt. Das allerdings ist wohl derjenige Kitt, der inzwischen am wenigsten hält. Die entscheidende Frage ist sicher, wie versteht eine Nation sich selbst? Ist sie bereit, für ihren Zusammenhalt Opfer zu bringen? Das hat sie in der Vergangenheit in großem Umfang getan. Will sie als Nation, als Volk fortbestehen oder nicht? Und hinter beides muss man in Deutschland heute ein Fragezeichen setzen, vielleicht ein größeres Fragezeichen, als in anderen Völkern in Europa, die ähnlichen Mechanismen ausgesetzt sind, aber wo es nicht solche Formen erreicht hat wie in Deutschland. Der positive Bezug zum eigenen, eigentlich was völlig Natürliches in anderen Ländern, wann hat das in Deutschland angefangen? Also dieser Prozess, dass man eben nicht mehr sich positiv zum eigenen bekennen konnte und dann vielleicht auch, das fand ich sehr interessant, deine Ausführungen zum Verfassungspatriot, das, was auch die, ich würde mal sagen, Regierungspolitik uns heute eben über Deutschland vermitteln will, dass man, ich sag mal, den positiven Bezug zum eigenen ausschließlich im Grundgesetz sieht und sucht. In Kombination, das wird von dir auch angesprochen, der Sport, welche Funktion er hat mit dem Hurra-Patriotismus, den wir insbesondere 2000 und ich meine 15, 16 war das, während den Fußball-Weltmeisterschaften erleben konnten. Also was das Mangel des Selbstbewusstseins der Deutschen angeht, da kann man in der Geschichte ein ganzes Stück zurückgehen. Schon Bismarck hat im Reichstag mal beklagt, leider seien die Deutschen das einzige Volk, das fremde Interessen regelmäßig über die eigenen stelle. Das ist inzwischen perfektioniert worden, von den eigenen nationalen Interessen zu sprechen, und wie schon gesagt, wird gar nicht mehr geduldet. Wann hat es begonnen, das ist schwer zu definieren, aber ich würde gern dein Stichwort Verfassungspatriotismus noch mal aufgreifen. Ein Patriotismus, der sich nicht auf ein Volk und seine Geschichte und alles das bezieht, was dieses Volk sonst noch ausmacht, sondern auf eine Verfassung. Das ist eine ziemlich dünne Grundlage, denn selbst das deutsche Grundgesetz, so gut es ist, aber auch so reformbedürftig es ist, ist immer noch ein sich fortwährend wandelndes, eine wandelnde Verfassung. Das sieht man auch daran, dass sie seit ihrer Verabschiedung, das deutsche Volk hat ja keine Gelegenheit gehabt, darüber abzustimmen, dass sie seit ihrem Inkrafttreten, diese Verfassung oder dieses Grundgesetz, unzähligen Veränderungen unterworfen gewesen ist. Auch jetzt wieder laufend werden im Bundestag Grundgesetzänderungen beraten. Und etwas, was eine fließende Gestalt hat, was gar nichts Festes ist, worauf man sich beziehen kann, das kann keine Grundlage eines Volkes, einer Nation sein. Es ist auch ein Selbstbetrug, ein frommer Selbstbetrug von manchen Franzosen, dass sie sagen, sie seien Verfassungspatrioten. Aber wie viele Verfassungen hat in Frankreich seit 1789 gehabt? Müssen vier oder fünf oder sechs gewesen sein. Also auch darauf sich zu berufen, halte ich nicht vertragfähig. Vielleicht an der Stelle dann auch noch mal, das fand ich auch sehr interessant, der Heimatbegriff. Heute haben die Grünen bekannt gegeben, dass Frau Baerbock für sie in die Kanzlerkandidatur gehen soll und das Gesicht für die anstehenden Wahlen damit ist. Die Grünen haben ja versucht, in den letzten Jahren so ein bisschen den Begriff der Heimat für sich zu entdecken. Eigentlich recht widersprüchlich, wenn man sich an Gestalten wie Frau Roth erinnert. Du schreibst das auch in deinem Buch vor einem Transparent, auf dem steht Deutschland, du mieses Stück Scheiße, so stand es dort, mitgelaufen ist. Oder eben auch der Habeck von den Grünen, auch in deinem Buch, ein Auszug dazu, dass er angibt, dass er mit Deutsch nichts anfangen könnte. So nach dem Motto, das ist was, das man überwinden muss und überhaupt gar nicht braucht. Wie passt das zusammen, dass die Grünen aber gleichzeitig versuchen, einen Heimatbegriff zu definieren und auch mit dem jetzt aktiver versuchen, eben zu werben? Und was umfasst eigentlich der grüne Heimatbegriff? Das kleinstrukturierte und kleinkarierte ist zunächst mal etwas, was ersetzen soll, das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Nation. Die Ersatzangebote heißen dann Europäer oder Weltbürger oder gar. Die nächste Steigerungsform wäre dann Galaktiker. Auf der anderen Seite, das kleinstrukturierte, das wird geduldet. Und die Leute brauchen einen Bezug zu etwas, was beständig ist, wozu sie auch selber einen emotionalen Bezug haben. Das ist die Heimat, die engere Heimat. Das spiegelt sich auch wieder, wenn zum Beispiel die Europäische Union die Regionalismen ja fördert. Denn sie weiß genau, nehmen wir das Beispiel Spanien, mit einem katalanischen Kleinstaat, einem baskischen, einem galizischen, einem valenzianischen, einem andalusischen, kann sie viel eher Schlitten fahren als mit einer selbstbewussten Regierung in Madrid. Das ist eine eigenartige Politik, die die Europäische Union da betreibt, dass sie in gewisser Weise die Separatismen fördert, aber zugleich sagt, die Nationen seien ihre Grundlage. Und das ist es ja auch tatsächlich nach der verfassungsmäßigen Ordnung der Europäischen Union. Also man duldet die kleine Heimat, so sagen ja auch die Spanier, la patria chica, das ist in Ordnung, aber die Nationen, die wollen wir nicht haben, die lassen sich nicht so gut steuern, wie man es gerne hätte. Wenn wir diese Trias noch mal nehmen von Jelinek, die ja eigentlich allgemein gut ist in der Staatsrechtslehre. Was macht ein Staat aus? Das Staatsgebiet, das Staatsvolk und die Staatsmacht. Das, was bei uns dominiert, ist ja, die Grenzen kann man nicht schützen, die Grenzen sollen offen sein. Dann ist das Staatsgebiet im Grunde schon mal weg, denn man kann ja dann nicht genau bestimmen, wo die Grenze endet. Wenn man das bestimmen wollte, dann müsste die Grenze ja in irgendeiner Form auch gesichert sein, was sie bei uns immer weniger ist. Das Staatsvolk, das wird, den Eindruck kann man gewinnen, bewusst ausgetauscht. Und das wird auch ganz offen gesagt von bedeutenden Vertretern unserer Regierungsform. Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert hat mal in einem grundlegenden Aufsatz für die Frankfurter Allgemeine erklärt, im Grundgesetz sei das Volk, das, von dem dort die Rede ist, ja nicht näher definiert. Das heißt, es stünde zur Disposition. Die Regierung könne im Grunde das Volk beliebig austauschen, während der Rechtsrahmen, die Struktur des Staates bliebe. Nur, ist das Volk nicht mehr vorhanden? Ist das Gebiet nicht mehr vorhanden? Wo und wie will die Staatsmacht dann noch agieren? Will sie regieren über Bestandteile, heterogene Bestandteile eines sogenannten Volkes, das gar keines mehr ist und die sich untereinander auch nicht grün sind? Also im Grunde wären da nicht nur zwei, sondern letzten Endes alle drei Bestandteile dieser klassischen Trias der Staatsrechtslehre aufgelöst. Du hattest in deinem Buch auch auf eine Umfrage Bezug genommen, nach der sich 61 Prozent der Befragten oder nach der 61 Prozent der Befragten sagen, dass sie mit dem Deutschsein was Positives verbinden würden. Aber nur 31 Prozent sagen, ich bin Deutscher. 13 fühlen sich mit ihrer Region verbunden, also Schwaben, Franken, Rheinländer etc. und 12 Prozent mit einer Stadt und so weiter. Hatte ich diese Erhebung, diese Umfrage überrascht? Wie kommt es dazu, dass man doch sagt, okay, ich verbinde eigentlich mehrheitlich etwas Positives mit Deutschland, aber Deutscher bin ich nicht? Man kann es manchmal beobachten, wenn Deutsche, die so reden und sich so seltsam einsortieren, von einer Reise zurückkommen in ein Gebiet, wo es drunter und drüber geht und wo die gewohnte Ordnung und das gewohnte Funktionieren von Systemen, etwa der öffentlichen Versorgung bis zum Rechtssystem, partiell nicht existieren, nicht nur zusammengebrochen sind, sondern nie zuvor wirklich da waren. Da weiß man dann plötzlich wieder zu schätzen, diese Sicherheit, die man, relative Sicherheit, die man bei uns noch vorfindet. Aber diese Selbsteinschätzung, die wundert mich nicht, denn den Deutschen ist ja nun 70 Jahre lang oder länger eingeredet worden, sie seien eigentlich ein minderwertiges Volk und ihre Aufgabe sei es, nach Möglichkeit zu verschwinden, nämlich dadurch, dass sie sich auflösten in einem europäischen Superstaat, in dem man sie als Deutsche nicht mehr erkennen kann und in dem sie sich dann selber auch nur noch nach Landsmannschaften identifizieren. Aber auch diese Landsmannschaften sind natürlich etwas historisch Gewachsenes, es sind auch kleine Nationen. Also es ist alles widersprüchlich, was sich da im Denken der Deutschen in den letzten Jahren verfestigt hat. Wenn wir nach Osteuropa schauen, aber auch nach Asien, dann können wir erleben, dass man dort einen ganz anderen Heimatbegriff hat, eine andere Vorstellung von Identität vom eigenen. Jetzt hatten wir einen Bundesparteitag in Dresden, da ist die AfD vom kanadischen Einwanderungsmodell abgerückt und hat gesagt, wir können uns doch stärker oder sollten uns am japanischen orientieren. Ich fand das fast schon ein wenig hellseherisch, als ich dann hier im Buch auf den Abschnitt gestoßen bin, wo du auch noch mal herausgearbeitet hast, dass eben diese Probleme mit der Masseneinwanderung, die Identitätsfragen, die sich stellen, so in Japan, aber auch in China eher nicht stattfinden, wie eben es in Deutschland und in Teilen Europas momentan der Fall ist. Das kanadische Einwanderungsmodell und das japanische sind beides Extrembeispiele. Die Japaner haben es da auch relativ leicht, denn sie sind ringsum von Wasser umgeben und nicht wie Deutschland von einer ganzen Anzahl von Staaten, mit denen ständig ein intensiver Austausch historisch bestanden hat, der ja auch von Nutzen war für uns. Ein Problem ist für uns geworden, eine Masseneinwanderung, die es in diesen Ländern eben nicht gibt, von Bevölkerungsgruppen, die kaum integrierbar sind und die sich selber auch gar nicht integrieren wollen. Darauf legen die Japaner keinen Wert, übrigens auch die Australier nicht, an denen man sich vielleicht eher noch orientieren könnte. Das kanadische Modell halte ich für völlig daneben. Das hat nämlich für ein Maximum an Einwanderung gesorgt. Allerdings importieren die Kanadier nicht den sozialen Bodensatz der Herkunftsländer, sondern nur Leute, die qua Ausbildung oder anderer Merkmale für sie von Nutzen sind. Aber auch in Kanada kann man beobachten, es gibt intellektuell zwar eindrucksvolle, erfolgreiche Einwanderergruppen, wie insbesondere die Chinesen, aber auch die Inder, die gleichwohl eine Parallelgesellschaft bilden, die letzten Endes nicht wirklich integriert sind, weil sie eben einen anderen Wertekodex mitbringen, ein anderes Verständnis von Gesellschaft, von Familie, auch anderer Religionen. Und wenn man da in der deutschen Geschichte ein Stück zurückgeht, die Einwanderungen, die wir in der Vergangenheit hatten, beispielsweise die polnische Einwanderung ins Ruhrgebiet im 19. Jahrhundert oder davor die französischen Huguenotten unter Friedrich dem Großen und auch noch davor, das waren Einwanderergruppen, die sich sehr leicht haben integrieren lassen und die von einem bestimmten Grundverständnis von europäischer Kultur ausgehen konnten, dass etwa bei Einwanderern aus dem Nahen Osten, aus Nordafrika, aus Zentralafrika nicht vorhanden sein kann. Und man kann von diesen Einwanderergruppen im Grunde auch nicht verlangen, sie sollten sich voll in Deutschland integrieren, wenn sie es nicht wollen. Es gibt ja einen Bereich, den du hier auch noch mal im Buch ansprichst, in dem, glaube ich, wie in keinem zweiten Bereich deutlich wird, was einmal die politische Korrektheit, aber auch dieser, ja man muss es Selbsthass nennen, mit einem anstellen kann, das ist der Kulturbetrieb. Du hast hier ein längeres Kapitel dem gewidmet und das fand ich beeindruckend, du hast hier wichtige Persönlichkeiten für die deutsche Geschichte, fürs deutsche Selbstverständnis mit aufgezählt, die heute, und mich hat es in Teilen auch überrascht, im Kulturbetrieb, aber auch in der Medienlandschaft als rechts oder als negativ gelten. zum einen Martin Luther oder auch Goethe oder hier zum Beispiel Wagner oder beispielsweise dann, wenn man weiterschaut, ich hatte hier noch etwas genau Fontane, ja, also das sind ja alles Entwicklungen, die machen doch nachdenklich, wie kommt es dazu und wie kann sowas eigentlich ernsthaft mittlerweile diskutiert werden? Vielleicht kannst du dazu auch noch mal ganz kurz was berichten, wie konnte es sein, dass die politisch Korrekten hier so Einzug erhalten haben und ist es vielleicht auch einer der Schlüssel, um dafür zu sorgen, dass dieses Selbstbild das sich eigentlich selber ablehnenden Deutschen so stark mit festigen konnte? Was ich abspiele, ist eine systematische Demontage der deutschen Kultur und der deutschen Geschichte. Wenn zum Beispiel Beethoven attestiert wird, er sei ein White Supremacist, bei Richard Wagner, man kann sich darüber unterhalten, er hat antisemitische Äußerungen getan, aber entwertet, dass sein musikalisches Werk komplett, doch wohl kaum, ist Immanuel Kant eine unerträgliche Person, weil er sich über afrikanische Völker in einer nicht ganz politisch korrekten Weise geäußert hat. Das ist der Versuch, die ganze Vergangenheit ausschließlich nach den Kriterien, den Werten der Gegenwart, und zwar nur den Werten der äußersten Linken, zu beurteilen. Davon bekommen wir jeden Tag neue Beispiele geliefert. Aus England wird jetzt berichtet, dass an den Musikhochschulen die Forderung besteht, die klassische Musik zurückzudrängen, denn die hätte mir mit den Einwanderern nicht viel zu tun und sie sei von weißen Männern geschrieben. Hauptkritikpunkt, Kunstwerke, auch musikalische, die von weißen Männern verfasst worden sind, das ist vom Übel. Das muss eigentlich weg und man möge die klassische Musik ersetzen durch Hip-Hop und Jays und dergleichen, was von außerhalb Europas kommt. Es ist zum einen der Selbsthass, der sich da wieder zeigt, der in anderen Völkern auch vorhanden ist, aber nicht in einer solch krassen Weise wie in Deutschland. Und es ist auch etwas, was von dem nicht mehr existierenden Liberalismus ausgeht, den recht hellsichtig eine Politikerin, der ich sonst vielleicht nicht viel zu tun habe, Sarah Wagenknecht, eben gesagt hat, man müsse eigentlich von dem neuen Linksliberalismus sprechen. Diejenigen, die ständig von Liberalismus, von Toleranz, von Offenheit reden, sind diejenigen, die mit diesen Werten am allerwenigsten am Hut haben, die von einer oftmals geradezu fanatischen Intoleranz geprägt sind in dem, was sie tun und sagen. Der Begriff des sogenannten alten weißen Mannes, der in Deutschland auch immer stärker in die Medienlandschaft Einzug erhalten hat, wo man ja wirklich sagen muss, auch die sogenannte Black-Life-Matter-Bewegung, diese BLM-Gruppen, in Deutschland nennen sich eher, glaube ich, POC-Gruppen, also die versuchen ja immer stärker, diesen wirklich fundamentalen Angriff auf diese Personen zu fahren, weil im Grunde, also das ist ja fast schon eigentlich eine Art von Rassismus, der stattfindet. Man spricht dem weißen Mann quasi ab, sich in irgendeiner Form organisieren zu dürfen und für seine Interessen zu kämpfen, einzustehen. Gleichzeitig definiert man die eigene Gruppe, aber eigene Gruppe über ethnische Merkmale, was wiederum die anderen nicht dürften oder können und versucht dann eben auch ganz klar über diese ethnischen Merkmale europäerweise etc. auszugrenzen. Ist es eine Form von in Anführungszeichen positiven Rassismus, den man hier versucht zu implementieren und letztendlich Stück für Stück dann auch in unserer Gesellschaft weiße Männer zu diskriminieren, zurückzudrängen? Es hört sich ja, du merkst es, wenn ich das ausspreche, hört sich das für mich ja eigentlich albern an, dass man solche Diskussionen überhaupt führen muss. Aber mir ist es auch begegnet, gerade im Internet auf Twitter, mit Herrschaften wie Malcolm O'Hanwe, der für den Bayerischen Rundfunk arbeitet und der immer wieder also ganz massiv rassistische Äußerungen gegen Weiße tätigt, um gleichzeitig dann aber sein Geld und seinen Lebensunterhalt sicherzustellen, indem er wiederum mit der Opferrolle Geld verdient. Er behauptet, er lebe hier in einer Gesellschaft, die ihn unterdrückt, in der er quasi als schwarzer Mann nur Nachteile zu erleiden hätte. Gleichzeitig postet er aber Beiträge, teilt Beiträge von Idi Amin, der sich von Weißen auf einer Liege quasi tragen lässt und freut sich dann darüber. Darauf angesprochen tut er so, als ob er nicht wisse, dass es sich dabei um einen Mörder und Verbrecher handelt. Was findet da eigentlich statt und wie kann das sein, dass es quasi bis in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mittlerweile diese massiven Entwicklungen gibt? Du hast es eigentlich schon gesagt, es ist eine Form des umgekehrten Rassismus. Der klassische Rassismus, der beurteilt Menschen nicht nach ihren tatsächlichen, charakterlichen oder inneren Werten, sondern nach der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie, einer Volkszugehörigkeit oder einer Rasse oder einer Hautfarbe, was auch immer. Genau das findet jetzt hier statt. Diejenigen, die heute so argumentieren, wie du es eben dargestellt hast, die sind nicht mehr interessiert an dem Charakter, an der Individualität eines Menschen, an das, was er geistig oder an sonstigen Leistungen zu erbringen vermag, sondern nur an seiner Einordnung nach äußeren Merkmalen. Und zwar wiederum nach ethnischen, nach rassischen, nach Merkmalen der Hautfarbe. Und wenn wir da angekommen sind, dann haben wir im Grunde alles das reproduziert, was dieselben Leute kritisieren an der Vergangenheit. Die Kritik am Rassismus, die ist berechtigt. In der Vergangenheit hat er große Triumphe gefeiert. Von heute, von strukturellem Rassismus, hier zu reden, empfinde ich einfach albern. Wer leitet denn so schwer unter Rassismus? Vielleicht gerade die, die damit große Karriere gemacht haben. Also eher ein Geschäftsmodell? Ein Geschäftsmodell, genau. Also es ist auch wiederum eine Form des Illiberalismus und es ist eine der erbärmlichsten Formen des deutschen Selbsthasses so etwas überhaupt hinzunehmen. Da wurde neulich tatsächlich dann auch im Öffentlich-Rechtlichen von einer jungen afrikanischen Dame davon gesprochen, dass weiße Tränen, also Tränen haben dann sogar Farben, mittlerweile schon ganz besonders verletzend sein. In keinem anderen Land der Welt würde man doch so etwas im Fernsehen zeigen. Was können wir da auch als AfD in die Richtung bewegen, um wieder mehr Normalität? Und da sind wir schon wieder beim Bundesparteitag und bei den neuen Parteislogans für die Werbekampagne zur Bundestagswahl. Normalität. Was können wir dafür tun, dass hier wieder mehr Normalität geschaffen wird? Indem man den Deutschen, den Leuten wieder beibringt oder ihnen ermöglicht, so zu reden, wie sie denken und wie sie es empfinden. Und nicht bei jedem Satz sich überlegen müssen, habe ich jetzt vielleicht verstoßen gegen irgendein Gebot der politischen Korrektheit. Da landet man ja auf einer Ebene, wie sie in den kommunistischen Staaten bestanden hat, wo man, bevor man sich mal ein offenes Wort sagte, erst mal umgucken musste, hört einer zu. Und wo sich dieses doppelte Reden entwickelt, im engeren Freundeskreis, die offene Meinungsäußerung und nach außen hin die super angepasste. Je weiter sich das entwickelt, desto gerünger wird dann auch das Fundament, auf dem eine Demokratie steht. Du nimmst uns ja in deinem Buch durchaus auf eine Reise mit, auf der deutlich wird, wie weit wir eigentlich mittlerweile an den Punkt gekommen sind, dass von Deutschland nicht mehr ganz so viel übrig bleibt. Was ist denn dein Fazit? Was würdest du sagen, nachdem du dieses Buch geschrieben hast und dich auch mit dem Thema wirklich intensiv befasst hast, wie viel ist denn jetzt von Deutschland eigentlich noch übrig? Und können wir uns auch noch Hoffnung machen? Ich habe ein paar Elemente dafür genannt. Ich will im Moment nur eines davon rausgreifen, was vielleicht das Wichtigste ist, nämlich sich zu bekennen zu einer Nation. Die Nation nicht nur zu betrachten als ein Element der Versorgungssicherheit oder einen Rechtsrahmen, den man halt braucht. Man braucht eine Straßenverkehrsordnung, damit der Verkehr einigermaßen laufen kann. Aber ist das ausreichend, um eine Nation zu begründen? Wohl kaum. Das passt überall hin in der Welt. Es geht darum, das Zusammengehörigkeitsgefühl wieder zu kräftigen, überhaupt erst zu ermöglichen, was die Existenz jeder Nation ausmacht. Und das ist bei uns inzwischen so angegriffen. Wir haben ein paar Beispiele schon diskutiert. Man könnte sich auch beziehen auf Symbole, auf Traditionen, die ja auch sehr stark dazu beitragen, dass eine Nation eine Nation bleibt. Das glänzendste Beispiel für mich ist dafür das jüdische Volk, das über 2000 Jahre seinen Charakter eines Volkes erhalten hat. Unter schwersten äußeren Bedingungen, unter Verfolgungen ein Zusammengehörigkeitsgefühl bewahrt hat. Ohne dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, die Bereitschaft, Opfer zu bringen für das eigene Volk, die Bereitschaft, diese Opfer auch in der Zukunft zu erbringen und vor allem weiter zu existieren in einer Nation, in dem eigenen Volk. Das alles ist ja bei uns schon so angegriffen, dass man eigentlich nur noch eine Kehrtwende um 180 Grad sich wünschen kann, die endlich es ermöglicht, dass diese klassischen, traditionellen Werte, die Basis einer eigentlichen Nation wieder anerkannt werden und wieder zur Geltung kommen. Was von Deutschland übrig bleibt? Ein Buch von Prof. Dr. Lothar Mayer und es müsste jetzt auch im Handel erhältlich sein. Lieber Lothar, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um uns kurz einen Überblick über dein neues Buch zu geben. Ich habe es gelesen, ich kann jedem wirklich nur empfehlen, es sich anzuschauen. Ich hatte es dir eingangs heute schon gesagt, es ist nicht immer so einfache Kost, weil man manchmal doch ein wenig deprimiert dann wird. Aber es ist natürlich messerscharf und bringt die Entwicklungen hier im Land auf den Punkt. Und ich muss sagen, auch als politisch interessierter Mensch, als Politiker hier im Deutschen Bundestag konnte ich eine Menge neue Aspekte hier finden im Buch, die einem durchaus, aber auch gleichzeitig gezeigt haben, Mensch, so weit ist es schon gekommen. Klar, aber ich denke, unser Auftrag heißt, Deutschland wieder lieben lernen. Das müssen wir den Menschen da draußen beibringen. Und dann bleibt vielleicht noch was von Deutschland übrig. Vielen Dank. Und vielleicht kannst du auch noch mal den Zuschauern sagen, wo dieses Buch erhältlich ist. Überall im Buchhandel. Es ist erschienen im Gerhard-Hess-Verlag. Und kann man ja auch noch dazu sagen, es kostet 16,99 Euro, übliche Preisgestaltung. Ist also noch erschwinglich und ich hoffe, dass es große Verbreitung findet. Vielen Dank.